Meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Videoreport, einem kleinen Videorundgang. Heute geht es durch München. Heute startet auch hier die Wiesn, also das Oktoberfest. Und darüber werde ich später auch berichten. Und nun sind wir hier auf dem Karlsplatz und hier findet heute ein alternatives Programm statt, nämlich die veganen Wiesn. Und normalerweise ist der Karlsplatz recht leer. Vor uns ist das Karlstor, was man jetzt hoffentlich sieht. Und ansonsten, hinter dem Karlstor beginnt die Fußgängerzone, die zum Marienplatz führt mit dem Rathaus, das wir uns später auch noch anschauen werden. Ich finde, wir nutzen die Gelegenheit des kleinen Festes hier und lassen ein wenig die Eindrücke auf uns wirken. Und dann halt die Ohren steif und grüßen auf den Enkel. So, jetzt haben wir einen Blick auf die Bühne. Entschuldigung. Und wenn die Bühne nicht wäre, würde man dahinter einen Springbrunnen sehen, der normalerweise, habe ich mir sagen lassen, auch immer an ist. So, jetzt sind die Bühne, die Bühne, die Bühne, die Bühne, die Bühne, die Bühne sind. Und dann sind die Bühne, die Bühne sind. Und mit diesen Eindrücken sage ich von dieser Stelle erstmal Tschüss und bis gleich.